Antrag an Weihnachten? Justin schaut schon nach Ringen Ist es wirklich schon so ernst zwischen ihnen? Seit gut eineinhalb Monaten ist die Aufregung aller Jelena-Fans perfekt. Nachdem ihre Beziehung mit De Wäckend, 27, gescheitert war, feierte Selena Gomez, 25, tatsächlich eine Reunion mit Ex-Freund Justin Bieber, 23. Stürmisch scheinen sie ihre 2014 auf Eis gelegte On-Off-Beziehung vorzusetzen Führt sie die nun sogar vor den Traualtar? Genau das behauptet jetzt ein Insider gegenüber Radar-Online, Justin hat sich schon Ringe angesehen und plant, sie über die Weihnachtstage zu fragen, ob sie ihn heiraten möchte. Wie fest die Bindung zwischen dem Waddau-Jumian? Interpreten und Wieder geworden ist, zeigen ihr vorweihnachtlicher Tritt nach Seattle und ihr Vorhaben, Silvester zusammen zu feiern. Nun könnte es also sein, dass Zelda bereits einen Verlobungsring am Finger trägt. Eine Schattenseite der wieder aufgeflammten Liebe gibt es allerdings, Familie ist gar nicht begeistert, dass die 25-Jährige wieder mit ihrem Ex zusammen ist. Vor allem selbst Mama soll bestürzt sein, dass ihre Tochter es erneut mitversucht. Aus diesem Grund sei er auch an Weihnachten nicht eingeladen. Ganz anders denkt wiederum Mutter. Sie steht hinter dem Liebesrevival und sagt über, wir haben eine besondere Verbindung und ich denke, sie ist großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017